ARD Text im Auftrag von Funk 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 Das ist wirklich schlimm. Das ist das einzige Lebensmittelschäft hier. Jawohl, das ist meine Sache. Die kriegen das sofort. Das ist kein Problem. Ich kriege sogar einen Zehner vor mir. Und der Kasse. Schnapps da habe ich noch. 5,50 Euro. Also, schönen Abend. Auf jeden Fall. Nichts verkauft, ich will sehen. Wunderbar. Wunderbar. Was gerade kommt. Jetzt gucken. I Warte. Vielen Dank. Ja, geil, Mann, Moritz. Weiß sind ja fast Nachbarn, gell? Ja, auch. Kann man sich mal im Haus graben, gell?